Das ist Fisse, der Funpark. Das ist so, mein Sohn ist jetzt knapp vier. Nächstes Jahr wird es noch spannender und er liebt den Schnee da hinten zum Beispiel. Das ist ein Highlight. Und die rutscht natürlich, die ist auch klasse. Und ich glaube, nächstes Jahr kommen wir wieder und dann werden wir auch mal mit ihm einen Fisser Flieger machen und so weiter. Also viele schöne Sachen. Unsere Kinder sind bei dem Autorennen. Das allerschönste ist der Fisser Flitzer. Der Leberkäse. Es ist alles toll hier. Also das ist ein toller Spielpark für die Kinder. Für die Eltern ist es schön, die können die entspannen. Die ist klasse, die Mösealm. Richtig toll. Ja, auf der Mösealm. Das Wasser ist am schönsten. Und der Fisser Flitzer, der ist auch schön. Den Schnee finden die Kinder hier oben ganz klasse. Im Sommer auf der Kunstschneebahn rodelnd. Finden sie ganz klasse. Das da mit der Bahn nicht mit den Städten das andere. Das ist unser 10. Ortzeittag für uns. Das ist wirklich toll. Ich bin französisch und sie ist irlandaise. Wir leben in Italien. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich komme aus Irland. Die sind jetzt beim Schneeband. Wanderen und viel für die Kinder in die Umgebung und so etwas. Ich springe auch runter. Untertitelung des ZDF, 2020